Herzlich Willkommen zu Dämonikon. Ich weiß das gar nicht mehr. Ich habe jetzt schon wieder eine Woche Pause gehabt. Ich muss mal schauen. Ich muss jetzt einige von Übertritt ansprechen. Habe ich nicht. Verband benutzen. Ich suche Verbandszeug. Bin gleich zurück. Wo finde ich Verbandszeug? Ich brauche Verbandszeug. Die ist schon. Können wir noch was machen? Ne, nichts mehr. Ich suche Verbandszeug. Bin gleich zurück. Wir bauen Verbandszeug, verdammt der Mist. Wo kriegen wir das Verbandszeug her? Ach, da ist eine Truhe. Vielleicht haben wir da Verbandszeug drin. Natürlich. Mist. Scheiße. Und wir nehmen das Verbandszeug her? Wollen wir pas ein bunногоあ 11 Sekunden? oh mensch so wie sie kommen die hilfe zu spät das haben wir gucken zu spät zu spät nix ist nix na toll konnten wir nur eine retten oder wie sieht das aus ich kann euch gar nicht genug ja sicher ja jetzt gibt es ein bisschen was zu tun jemand wird die dornenrose leiten ich schätze ihr habt die meiste erfahrung damit ihr wisst sicher dass sowohl die stadtgarde als auch das kreuzer kartell ein auge auf dieses haus geworfen haben ihr werdet euch für eine seite entscheiden müssen ja das wird wohl das beste sein es ist gut wenn wir beschützt werden und euch nicht zur last fall und wen wählt ihr entscheidungen entscheidungen ich bin so schlecht darin mich zu entscheiden ich möchte dass ihr für mich entscheidet hier nehmt die besitzurkunde gibt sie unseren neuen beschützer oh nein die machen wir da was alle kreuzer ich denke ich werde falks kontakt zu tiaka nur seinem vorgesetzten melden seid ihr denn ein warunker bürger noch nicht dann wird euch niemand glauben außerdem ist der oberste rondrianer jakon gar nicht in der stadt ihr müsstet falk also bei sich selbst anzeigen das wird ein bisschen schwierig nicht wahr da stimmt was wäre wenn euch die stadtgarde beschützt und mehr macht in der kreuzer gasse erhält nun liebesdienste sind in warunk nicht verboten wir könnten weiter unserem geschäft nachgehen wir hatten früher oft probleme mit zechprellern und könnten sie nirgends anzeigen das würde sich ändern vielleicht könnten wir irgendwann sogar eine gilde gründen andererseits ist fergolosch aber ein scharfer hund viele kunden würden sich woanders vergnügen und wir müssten manchmal hungern warum das wenn man einen mann kennen lernt muss man fragen was er gewohnt ist unter den augen der garde können wir aber nicht mehr alles anbieten was unsere kunden gewohnt sind ihr wollt nicht im ernst diese gewohnheiten weiterhin bedienen es sind nur kleinigkeiten mein freund mit wäsche unter dem rock oder ohne wäsche solche sachen ganz bestimmt aber es wird auch unseren nachbarn nicht gefallen wenn die garde hier ein und aus geht die kreuzer gasse ist kartell was würde passieren wenn ich das kreuzer karte bekäme mehr macht in warung und würde ein gutes geschäft mit uns machen die mädchen könnten selbst entscheiden ob sie neben untoten arbeiten wollen doch ich glaube auch dass das kartell nicht zimperlich mit ihnen umgehen würde was meint ihr damit ich kenne solche männer sie würden die mädchen schlagen um ihre stärke zu zeigen wenn sie aber weg wären könnten wir machen was wir wollen am ende wäre das sicher gut fürs geschäft und weil das kartell den schmuggel kontrolliert werden wir uns endlich wieder richtig satt essen können aber ich bin etwas also ist das schwer aber ich bin eigentlich gegen das kartell auch wenn die das erscheinen ich denke ich weiß wem ich die besitz urkunde übergeben werde das trifft sich doch sehr gut wir bekommen besuch da ist er ja hauptmann was macht ihr denn hier kampfgeschrei im bordel keine huren in der kreuzergasse es klang als hättest du ärger junge die gerüchte sind wahr gewesen die jacra nur ließ mädchen töten und als untote auferstehen das show damit auch noch geld verdienen ich hoffe es schon in die niederhöllen gefahren die jacra nur ist tot dolorosa wird nun die leitung der dornenrose übernehmen auch natürlich so so ich komme also gerade recht um zu sehen wie die garde in fremden revieren wildert verzieh dich parallel die dornenrose gehört jetzt uns fergolosch alter freund ich darf dich an unseren waffenstillstand erinnern es wäre sehr bedauerlich wenn wir wieder zu unseren vormaligen umgangsformen zurückkehren müssten vielleicht wollen die herren mein gast zu wort kommen lassen es wird sich dann bestimmt alles aufklären es stimmt einer von euch wird zukünftig das bordell unter seinen schutz nehmen ihr glaubt doch nicht wirklich dass das kreuzer kartell in dieser sache auch nur einen fußbreit zurücktreten wird ich hoffe du hast dir das genau überlegt junge wenn du falsch entscheidest bedeutet das krieg na super aber wie gesagt ich habe natürliche aversion gegen kartelle deswegen werde ich sehr gerade übergeben auch wenn die frauen das so durch schwieriger hätten aber vielleicht spätere zukunft wenn das hier alles wieder in recht und ordnung ist dann wieder das positiv vielleicht auch wieder kommen ich will das fergolosch und seine männer der stadtgarde das bordell beschützen sie werden für recht und ordnung sorgen das war die richtige entscheidung junge du bist ein anständiger kerl die stadtgarde soll sich um ein hurenhaus kümmern das ist so lächerlich dass man heulen möchte aber das kartell hat verstanden wir werden uns wiedersehen meine herren und dann mögen euch die neuen götter gnädig sein dolorosa war zufrieden das haus zur dornenrose und seine bewohner blieben durch die stadtgarde von allen weiteren übergriffen der unterwelt geschont nekromantische umtriebe gehörten der vergangenheit an und niemand prellte mehr die zeche die gründung einer huren gilde war in greifbare nähe gerückt der preis für diese sicherheit war dass nun viele kunden fernblieben weil sie die ausschweifungen unter tyakranors herrschaft vermissten auch kalanderers beutigern ließ sich hier nie wieder blicken die meisten verurteilten die gerüchte über falks neigungen als widerwärtig und unglaubwürdig zumindest dann wenn fremde zuhörten nicht zuletzt galt nun fergolos waffenstillstand mit dem kreuzerkartell als gebrochen die garde begann sich auf eine größere auseinandersetzung vorzubereiten eine weitere gelegenheit für kairan sich in wahrung einen namen zu machen schön haben wir ja wieder für ordnung gesorgt schauen wir mal wir sind ja noch nicht weg wir können ja nur kurz auch noch helfen um ordnung zu schaffen so gehen wir mal wieder raus und gucken wir was das hallo süße ne die möchte ich nicht ich darf es richtig was das hat man schon gelesen meine geliebte ja genau schön alles klar ist alles klar hatten wir schon hatten wir schon siehst du denn gut aus nutze ich das denn nein es ist merkwürdig aus nein kommen wir da hoch eigentlich jetzt wo die garde hier ist sieht man sogar mal leute aus der oberstadt besser nicht auffallen hier hast du schneller ein messer in der kehle als du verfägt ach ja 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 die hosen scheiße das ist eigentlich unser nächster quest armteuerpunkte ach so kommen wir jetzt wieder welche verteilen was können wir denn alles machen was ist das da haben wir das schlösser knacken auf zwei ok so mehr können wir nicht verteilen ok aber wir haben das schlösser knacken wir kommen langsam ran ach so dann brauchen wir wieder ein bisschen mehr ja kann ich noch ein aktivieren so mhm mhm ach so die kosten alle zu viel generell punkte 150 aber die gehen nicht aus irgendeinem gründen ok sehr schön nova 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 tun wir auf die zwei hey hey übernehmen alles klar was haben wir denn im Inventar mal schauen wir mal ob wir was besseres haben mittlerweile tragen können bequemer bequemer ganzen ja der ist schlecht der ist gut ab schild was ist das alter schrott noch von uns hier und ich soll öfter gut okay okay ähm so falk geht zu den huren naja eine neue heimat kalandas zukünftiger nimmt es nun nur bei seiner braut mit der jungfräulichkeit besonders genau er ist im bordell ein und ausgegangen und hat sogar geschäfte mit den nekromanten dort gemacht leider wird mir das niemand glauben solange ich keine bürgerrechte habe vorstelle ok ja bürgerrechte unbedingt ne ok 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 dann weiter mal gucken was wir da machen können im alchemiemenü werden die verfügbaren Zutaten und die Anzahl der herstellbaren Tränke in Klammern angezeigt naja alchemiemenü was ist alchemiemenü b muss ich mal angucken ok wir haben noch nichts wir haben keine Rezepte alles klar hä arsch der ist bestimmt böse auf uns was willst du verschwinde bevor ich dir die Haut abziehen lasse hahaha ich habe recht es war richtig das bordell der Garde zu überlassen die Huren brauchen das Recht auf ihrer Seite ja dann verschwinde und pass auf deinen Rücken auf hahaha ein schlechter Verlierer Verwundet? Verhext? Ich schaffe Abhilfe äh nein danke wo holen wir denn hin? achso da lang genau da wiegt der passt schon so wird so komisch gehakt eben ich dachte wir müssen mal was gucken jetzt können wir ja Schlösser knacken ich will mal ruhig meinen Gast gucken habe ich schon das habe ich noch nicht das habe ich noch nicht hm ok das hat schon eine merkwürdige Physik grüß dich Junge danke nochmal für die Dornenrose mein Bitterchen Peereine du hast richtig entschieden ich hätte wieder einen Auftrag für dich bist du interessiert? natürlich mein Auftrag dann erzählt mal es geht um einen Mann namens Theodor Brigante ein Magier der sich hier niedergelassen hat hat Hausarrest Verbreitung von Ketzerei jetzt soll er ins Garder Hauptquartier verlegt werden mit einer Eskorte warum wollt ihr den Ketzer umquartieren? hängt das mit Parells Kriegserklärung zusammen? richtig zu Hause ist Theodor nicht mehr sicher das Kreuzer Kartell könnte jeden Moment los schlagen darauf müssen wir vorbereitet sein warum interessiert sich das Kartell für einen ketzerischen Magier? Theodor hat machtvolles Wissen über Zauberei, Dämonen, Sternbilder, Krankheiten mit sowas kennt er sich aus und redet ständig davon in den Händen des Kartells könnte dieses Wissen ziemlich gefährlich werden darum müssen wir ihn in Sicherheit bringen und natürlich gibt es eine anständige Bezahlung Falk von Arribor scheint in die Machenschaften von Tyakrano verstrickt zu sein habt ihr eine Idee was dahinter steckt? kannst du das denn beweisen, Junge? da kannst du ziemlichen Ärger kriegen, wenn nicht es ist die Wahrheit Tyakrano hat es selbst bestätigt weißt du, ich glaube dir aber da bin ich wahrscheinlich der einzige kein Rondrianer würde sich mit einem Nekromanten einlassen das wäre Verrat und selbst wenn du Beweise hast brauchst du Macht und einen guten Ruf in der Stadt sonst bekommst du überhaupt keine Gelegenheit sie dem Sennenmeister vorzulegen ich habe nicht mal Bürgerrechte darum wird meine Schwester an den mächtigsten Mann der Stadt verschachert der seinen eigenen Orden hintergeht und ich kann es nicht beweisen mhm, eine Heirat ohne Liebe das ist schlimm dagegen muss man etwas tun wie meint ihr das? Falk von Arivor hat vielleicht im Moment bei den Rondrianern das Sagen doch der Magraf von Wahrung bleibt immer noch Sumudan von Bregelsaum wenn ich ein gutes Wort für dich einlege könnte deine Familie auch auf diese Weise das Bürgerrecht erlangen das würdet ihr für mich tun Hauptmann warum nicht? wenn du mich nicht enttäuschst kannst du auf mich zählen ok das geben wir wo hin ich dich zu enttäuschen meine ich erzählte mir von diesem Ketzer er hat sich am Markt auf ein Fass gestellt und dabei ziemlich wirres Zeug über die Götter geredet Freigeisterei dafür kann man gehängt werden meine Jungs waren aber schnell genug und haben ihn vor den Rondrianern erwischt bei mir bekam er nur drei Wochen Hausarrest dann fandet ihr die Ketzerei gar nicht so schlimm? weißt du die Leute reden so viel Unsinn Junge sie geben es aber nie zu da ist es mir lieber wenn einer mal den Mund aufmacht und sich erwischen lässt Fyodor hat ja keine Dämonenverehrung oder sowas gepredigt und wenn ich damit die Rondrianer ärgern kann rette ich sein Leben doppelt so gern ich habe außerdem so ein Gefühl dass sein Wissen bald sehr nützlich sein könnte aber vielleicht irre ich mich ja auch sind nicht die Rondrianer für Ketzerei zuständig? das sind sie sie glauben dass Freigeisterei eine der Hauptursachen für Paktierertum ist daher greifen sie in diesen Zeiten hart durch ich selbst sehe das zwar nicht so streng aber wenn jemand die öffentliche Ruhe stört muss die Garde eingreifen das ist immer noch besser als wenn die Leute ihre Nachbarn für Ketzerei anzeigen nur weil sie sie nicht leiden können denn dazu führt das harte durchgreifen der Rondrianer auch wenn sie es gern anders hätten dann erzählt mal es geht um einen Mann namens Fyodor Brigante ein Magier der sich hier niedergelassen hat ach so hatten wir schon verbreitung von Ketzerei jetzt soll er ins Garde Hauptquartier verlegt werden mit einer Eskorte warum wollt ihr den Ketzer umquartieren? hängt das mit Parells Kriegserklärung zusammen? richtig dann kürzen wir mal ab Theodor hat machtvolles Wissen über Zauberei, Dämonen, Sternbilder, Krankheiten mit sowas kennt er sich aus und redet ständig davon in den Händen des Kartells könnte dieses Wissen ziemlich gefährlich werden darum müssen wir ihn in Sicherheit bringen und natürlich gibt es eine anständige Bezahlung ok ich kann... mhm? Hä? gehen? ah ach so hier kann man ihn annehmen, alles klar gut, ich eskortiere den Ketzer Sehr gut. Dann geh zur Kreuzergasse. Dort findest du Feodor. Bring ihn heil durch die Kreuzergasse. Meine Leute werden am anderen Ende warten. Wenn Feodor sicher bei mir ankommt, kümmere ich mich um dein Bürgerrecht. Ich mag es nämlich nicht, wenn meine Leute bei den Rondrianern um Passierscheine betteln müssen. Jawohl, Hauptmann! Noch eins, Junge. Du kommst mir irgendwie bekannt vor. Sind wir uns früher vielleicht schon mal begegnet? Nicht, dass ich wüsste. Merkwürdig. Sehr merkwürdig. Okay. Gespeichert und wir haben einen neuen Quest. Alles klar. Achso, warte mal. Ist da was drin? Ich soll für Fergolosch den Keza Feodor in Sicherheit bringen. Für den Stadtfrieden. Bisher stand er wegen Freigeisterei unter Hausarrest. Doch nun will die Garde ihn aus der Kreuzgasse wegverlegen. Fortschritt holen. Alles klar. Dann schauen wir mal. Dann haben wir noch ein paar Kisten hier versteckt. Oh, was ist das? Halb durchgerostete Gitterstäbe. Aus der Dunkelheit stinkt es nach Fäkalien. Wer lange genug da drin ist, wird wahrscheinlich jedes Verbrechen gestehen. Egal, ob er es nun begangen hat oder nicht. Ah, okay. Na, Blumen. So, jetzt geht's weiter. Gehen wir mal weiter. Wo ist das? - Wo ist das? Wo ist los? Wo ist die? Wo ist die? Wo ist eure Brau? auf der kreuzgasse hallo ja hier trachtet man uns natürlich nach dem leben ist ja gut klar was halten schönes ja klar nein Ja, ja, du wiederholst dich. Segen, na ja. Süßer. Feodor? Die korrekte Anrede lautet wohlgelehrter Herr Brigante oder wenigstens werter Herr Magus. Wer seid ihr überhaupt? Der Hausarrest ist zu Ende. Ich soll euch zur Sicherheit eures Schädens ins Hauptquartier der Stadtgarte bringen. Wohlgelehrter Herr Magus. Eine Eskorte? Mir erscheint dies eher als willkürlicher Zugriff der Staatsgewalt auf meine Privatsphäre. Ich protestiere. Es bedarf keines Schlagetods, um mich zu eskortieren. Man wird mich auf die gleiche Weise zu Hauptmann Fergolosch bringen, wie ich mich in den Hausarrest begab. Freiwillig. Ich bin zu eurem Schutz hier, Magus. In der Kreuzergasse wird es bald deutlich rauer zugehen als jetzt. Der Waffenstillstand zwischen Garde und Kartell wurde gebrochen. Hauptmann Fergolosch ist ein Rüpel und ihr seid die Personifizierung ungehobelten Verhaltens. Ein Gefangener des Kartells zu sein, wäre ein äquivalenter Zustand. Wollt ihr das denn? Tja, darüber bin ich mir in der Tat unschlüssig. Mhm. Mehr Informationen. Komm, du kriegst mich mit meiner Schwester zusammen. Oh, das ist viel Informationen. Okay. Wir fangen mal mit meiner Gabe an. Ich hätte eine Frage über ein magisches Phänomen. Vielleicht könntet ihr mir helfen. Selbstverständlich. Nandos ist mit den Wissbegierigen. Ich habe mein Leben lang keine magische Kraft in mir getragen. Komm, du kriegst mich mit meiner Schwester zusammen. Aber plötzlich ist in mir etwas... Die ist aber schon kalt. ...erwacht. Intuitiv, elementar oder dämonisch? Ich meine, vielleicht seid ihr ja besessen. Es hatte mit dem Vermischen von Blut zu tun. Es fühlt sich an, als würde ich mit der Lebenskraft anderer zaubern. Borbaradianisch? Und ihr behauptet, ihr wüsstet von nichts? Macht euch nicht zum Narren, Mann. Ich bin kein Borbaradianer. Ich habe nie gelernt, mit Blut zu zaubern. Es ist einfach passiert. Seht, das ist vollkommen unglaubwürdig. Borbaradianische Zauberei erfordert jahrelange Übungen und eine fundierte Ausbildung. Diese Gabe müsste euch aus heiterem Himmel zugeflogen sein oder aus den Niederhüllen. Doch dazu hätte es wahrhaft potenter dämonischer Aktivitäten bedurft. So war es nicht. Ich habe meine Seele nicht verkauft. Sehr vernünftig. Könnt ihr mir denn gar nicht helfen? Ihr scheint einen sehr mächtigen Gönner zu haben, der es mit der Moral nicht allzu genau nimmt. Der dürfte mehr wissen. Oder der Ausbruch der Gabe war ein Unfall. Dann müsst ihr eben mit dieser Macht leben und hoffen, dass ihr sterbt, bevor jemand eure Seele als Gegenleistung fordern kann. Hast du Lust? Na super. Dürfte ich etwas mehr über euch erfahren, Magus? Magus Probatus Sum. Ich bin Theodor Brigante, Adeptus Major, Mitglied der großen grauen Gilde des Geistes. Absolvent der Schule der Geistreisen zu Belhanka. Also nur ein Ketzer und kein Nekromant. Wollt ihr mich beleidigen? Es gibt signifikante Differenzen zwischen einem gebildeten Graumagus und einem einfachen Nekromanten. Nekromanten? Am besten gleich noch Dämonen-Paktierer. Meine Reise ins Verlust, wird sehen Kreuzer. Meine Seele gehört mir allein, sonst niemandem. Und gäbe es mehr Volksbildung, wären auch mehr Leute auf diese einfache Konklusio gekommen. Übrigens, wäret ihr gebildeter, hättet ihr diese Frage gar nicht erst gestellt, guter Mann. Was meint ihr zu den Zielen des Kreuzerkartells? Naja, Ziele kann man das ja nicht unbedingt nennen. Das Kreuzerkartell ist ein loser Verbund von Heizabschneidern und Hühnerdieben. Im Grunde ist das Kartell nichts weiter als eine ganz normale Nachbarschaft. Also, normal für eine Stadt, in der man jahrzehntelang nicht unterscheiden konnte, ob der Herrscher gerade wieder einen bösen Traum schickt oder der eigene Schwager tatsächlich bei Sonnenlicht zu Staub zerfällt. Ohne den weltmännischen Herrn Parell Notgelf wären diese Leute ein gefundenes Fressen für jede Art von Seelenfängern. Dämonenanbeter, Priester, was weiß ich. Auch wenn Parell den freien Geist wie einen gefiederten Kopfputz mit sich herumträgt, sein Streben gilt dem Materiellen. Im Grunde ist das Kartell also kein guter Umgang für einen seriösen Wissenschaftler. Andererseits jedoch ist es bisweilen recht praktisch, die Schmuggler zu kennen. Was haltet ihr eigentlich von Fergolos und seinen Leuten? Fergolos glaubt, er vertrete hier Recht und Ordnung. Er konkurriert mit den Rondrianern, was logisch daraus folgt, dass er vom Markgrafen bezahlt wird. Mich hält er für einen Unruhestifter und will mich darum hintergittern. Es hat mich viel Überredungskunst gekostet, ihn auf einen Hausarrest herunterzuhandeln. Er sagtet, der Waffenstillstand ist gebrochen. Dann ist es logisch, dass Fergolos mich zu sich holen will. Er hat Angst vor meinem Potenzial. Doch einen freien Geist hält keine Mauer zurück. Das könnt ihr euch merken. Ach was, für einen freien Geist gibt es überhaupt keine Mauern. Ergo, für mich spielt es überhaupt keine Rolle, ob ich zu Hause oder im Gardehauptquartier bin. Hast du Lust? Kennt ihr den Rondrianer Falk von Arivor? Könnt ihr mir irgendetwas über ihn berichten? Falk von Arivor? Stimmt ja, der ist ein Rondrianer. Das hatte ich ganz vergessen. Er ist ja auch viel zu weltlich, viel zu libertär. Zehn Kreuze. Ihr meint, er ist freiheitlich eingestellt? Grenzenlos freiheitlich. Grenzenlos unglaublich. Wer keine Grenzen kennt, der... Der platzt einfach. Schon allein das macht ihn gefährlich. Ha! Und so einer wird Stellvertreter des Sennemeisters. Hallo Süßer. Eine Reise ins Paradies mit zehn Kreuzern. Phonologie. Dieses Wissen hätte ich einem Borbaradianer zugetraut, aber keinem Priester der Kriegsgöttin. Missversteht mich nicht. Borbarat war ein Halbgott und viele seiner Lehren atmen den Geist der Freiheit. Aber letztlich brachte seine Anmaßung, ihn und seine Günder zu fein. Die ist aber schon kalt. Interessant. Der Hybris-Diskurs als transzendentale Problemstellung. Das Dilemma von Herr und Knecht potenziert innerhalb Akankarmaler Wirkungsbezüge. Fazit. Der Mann ist suspekt. Habt ihr sonst noch Fragen? Eine Reise ins Paradies mit zehn Kreuzern. Da wollen wir mal. Kommt einfach mit, Magus. Ich tue, was mein Wille gebietet. Okay, muss. Neuer Botex-Eintrag. So, soll so schnell weg. So, was sollen wir da machen? So, was haben wir gemacht? Okay, da ist noch nichts mehr dazugekommen. So, so. So, die ganze Geschichte, ne? Ja, das ist ja ein Logbuch, sozusagen. Alles klar. Fraktionskonflikt. Das haben wir da. Zwischen dem Kreuzkartell und der Stadt gerade besteht ein Konflikt um die Vormachtstellung in Wahrung. Es kommt immer wieder zu gewalttätigen Auseinandersetzungen. Deine Entscheidung am Bordell hat den Waffenstisch inzwischen zerstört. Ja, gut. Ist schon so. Alles klar. Recht und Ordnung. So, ich habe noch irgendwas. Hä, goldene Pyramide. War die auch vorher schon da? Die goldene Pyramide im und auf dem Meuchenberg war bis vor kurzem ein Unheiligtum der Tagunitus. Der untote Drache Razzaror regiert von hier aus die Wahrung Kai. Unter seiner Herrschaft war die Gassenwahrungs mit Schädeln gepflastert. Die Bevölkerung wurde von Zombies und Albträumen terrorisiert. Erst das Eingreifen der Randersatz... Hatten wir, glaube ich, schon, ne? Äh, Donnersturm leuert er diese... ...hinde sich bis heute in der Raumkamera bestellt. Das hatten wir schon. Okay. Alles klar. Was ist... Oh. Hab dich nicht so. Ich brauche noch mindestens zwei Kunden heute. Komm dir. Hmm... Ich habe gar keinen Heiltrank hier. Ah, scheiße. Ich habe gar keinen Heiltrank auf meine Tastatur gelegt. Sehe ich gerade. Ich konnte überhaupt nichts machen. Ich konnte mich gar nicht heilen. Sollen wir nochmal? Komm, seh mal zu. Wir sind die Zeit gedrückt. So. Wollen wir losgehen? Ähm... Was war das jetzt noch? Momentan. Und dann... Schauen wir mal. Wo waren die Heiltränke? Hier, ne? Ja. Da kann man nichts draus machen. Oh, das können wir nochmal machen. So ist das. Ich nehme das nach. Die Schwellung klickt ab. Okay, das ist auch. Und es hört sich gut an. Okay. Das kann man so viel kann man damit auch nicht machen. Okay, das hätten wir schon mal. Ich komme hier nach dem Weg. Tarte. Mhm. Ich glaube, äh... Das ist ja die Konek. Ja, okay. Haben wir. Ja. Hm. Ah, hier haben wir... Äh, genau. Ja, das ist klar. Hier nochmal gucken gehen. So. Alles klar. So. Was willst du hier? Eine Faust ins Gesicht. Eine Reise ins Paradies für 10 Kreuzer. So. Mit der Faust. Oh. 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 Oh das ok jetzt wo die garde hier ist sieht man sogar mal leute aus der oberstadt das nicht dieser stramme bursche aus dem flüchtlingslager ist möchtest du mir dein mächtiges schmerz ich glaube das war nicht die einzige auseinandersetzung noch eins jup oh ich kann ihn nicht gut zu schnell Oh, die Geschäfte laufen, mein Freund. Steck dir deine Geldkatze lieber ins Hemd. Man darf den Kartell nicht zu leicht machen. Okay. Das wird schwieriger als ich dachte. Jetzt wollen wir mal schnell den Inventar checken. Wie sieht es mit Halltränken aus? Ah, wir haben keine mehr. Wir haben keine Halltränke mehr, Mann. Wir haben aber hier mal sehen. Nicht identifizieren, können wir das nicht identifizieren. Hä? Was haben wir gemacht jetzt? Ach so. Hä? Hat sie das jetzt geschmissen? Hä? Hä? Da sind sie jetzt. Ach so. Ach so. So. Da sind sie. Genau. Erträgt er sie jetzt alle? Den können wir da nichts machen. Nein. Wollen wir da noch was? Ne, ne. Wir kommen hier an die Halltränke. Haben wir nichts. Nein. Haben wir nichts. Oh Mann, das ist schlecht. Ich würde hier nicht so rumlaufen, wenn ich das hier... Ja, wir gehen jetzt weiter. Aber ist ja dein Leben. Oh. Besser nicht aufweilen. Hier hast du schneller ein Messer in der Kehle, als du verfext kannst. Da seid ihr ja. Hervorragend. Es war viel zu leicht. Ich speichere mal endlich. Na, großartig. Kommt, Herr Harus. Gleich seid ihr in Sicherheit. Wir haben ihn einmal geschoben. Sicherheit und Recht und Ordnung. Natürlich. Ich mag diesen naiven kleinen Hauptmann. So, und jetzt? Abhören. Junger Mann, bis bald. Vielleicht komme ich ja mal bei euch vorbei. Ja. Gehabt euch wohl, Markus. Und richtet Fergolosch meine Grüße aus, wenn ihr euer Endgeld in Empfang nehmt. Hm. Komischer Mensch. Verschnürte Lederhose. Das ist besser. Verschnürte Lederhose. Wo ist das? Verschnürte Lederhose. Ja, da taugt nichts mehr. Hier verschnürte Lederhose. Was habe ich jetzt an? Wohl. Legen wir die ja natürlich an. Da haben wir das. macht es gut ist ja wunderbar alles klar nach angos ich glaube das ist kein job muss ich dann lang dann muss ich zwei punkte das ist hier was er hier rate bist du schon wieder hier bist du lebensmüde oder einfach nur dumm beruhigt euch ich will mit euch reden feodor war wichtig für das kartell du hättest die niemals an fergolos aus liefern dürfen und ich habe auch die geschichte im haus zur dornenrose noch nicht vergessen ich sollte dich auf der stelle in die niederhöllen schicken lassen mich es ist sinnlos hier lasst ihr doch nicht mit euch reden ja geh und verrecken irgendeine ecke eigentlich mit denen gar nicht viel zu in ihrer unendlichen gnade gefallen hat diese unter dem donnern der posaunen von perikum einstürzen zu lassen erinnert euch war und k dies opfer diente eurer befreiung von nekromantischen übelmännern und paktieren den finsterlingen nun da wir alle nach außen bewährt lasst uns gemeinsam die letzten schanzecke der oberstadt als da sind unheilige pyramiden trümmer beseitigen eine befreite stelle durch zur sechsten stunde ja natürlich aber ich habe was anderes zu tun ich habe das was ich muss da da ist doch mal ein kleiner zwerg hier gute arbeit vielen dank ich will nicht so viel versprechen aber der nächste auftrag könnte sich sehr lohnen und er betrifft die ganze stadt ich höre das kreuzer kartell plant einen aufstand sie wollen das zeug aus stürmen das zeug aus stürmen warum sie wollen die vorräte wegfressen baumaterial rauben und waffen auch wenn sie arme schweine sind ich kann das nicht zulassen wir brauchen jeden mann um das zeug aus zu verteidigen ist das zeug aus wirklich so schlecht befestigt leider ja es ist ein simples fachwerk haus in der oststadt schlecht zu verteidigen ich habe ja von anfang an den alten rondra tempel als zeug aus vorgeschlagen aber falk von arrivo hat das verhindert hart wie granit der schiff also junge hier kannst du dich beweisen kämpfst du für recht und ordnung oder nicht wunderbar vertiefen bergung gerade warum gibt ihr den hungernden nicht genug zu essen und damit den intrigen des kreuzer kartells nachgeben niemals wir können keine gesetzesbrüche dulden wenn heute der hungernde mob das zeug aus stürmt steht er morgen vor dem fürsten palast ich werde warung nicht dem chaos überlassen nur weil ein paar hunger leider nicht auf ihre ration warten können wir würden ja gerne mehr essen ausgeben die rondrianer auch aber die flüchtlinge aus dem umland fressen uns buchstäblich den bart aus dem gesicht auf verfluchtem boden wächst kaum getreibe alles essen muss von der küste her geschafft werden und wir kommen der verteilung nicht hinterher wer ist fargos war mein bruder ich habe ihn verloren reden wir über etwas anderes ok rondrianer werden sie auch in den kampf hinein gezogen ich lasse nicht von irgendeinem verdrehten löwen anbieter in meine arbeit reinreden das ist sache der garde um genau zu sein eine sache der garde und des kreuzer kartells wenn die uns herausfordern wollen gut am zeughaus können wir die macht verhältnisse ein für allemal klären am ende werden die rondrianer es sowieso erfahren wäre es nicht sinnvoller mit ihnen zusammenzuarbeiten das wird ein schmutziger kampf die werden froh sein dass sie sich raushalten können außerdem reicht es dass die rondrianer weststadt und oberstadt kontrollieren die oststadt muss das revier der garte bleiben und wenn sie trotzdem beleidigt sind wissen die gefangenen sicher etwas über das richtschwert dass die rondrianer verloren haben ihr wollt gefangene machen hauptmann wir werden sicher nicht die halbe stadt umbringen ich bin ja kein unmensch du weißt was ich meine warum hat falk von arrivo verhindert dass der alte rondra tempel als zeughaus genutzt wird weiß nicht genau schätze er ist einfach gierig und will zwei tempel für die rondra kirche den neuen in der oberstadt und den alten hier unten wie gesagt der alte rondra tempel wäre auf jeden fall geräumiger gewesen und hätte sich deutlich besser als zeughaus geeignet wenn ich so darüber nachdenke trägt falk eine gewisse mitschuld an dem aufstand merkwürdig warum will er unbedingt einen tempel behalten der früher das bordell rondras zitzen war zumal wenn gerade in der oberstadt ein neuer gebaut wurde man kann nicht sicher sein dass der tempel wirklich entweiht wurde wenn die rondrianer ihn wieder öffnen würde das vielen war und kon ganz gut passen ich meine viele sind ja der meinung dass man die alten geschichten aus der besatzungszeit endlich ruhen lassen sollte kein wunder die haben ja alle dreck im stolten das würde zu allem passen was ich bisher über ihn weiß er nimmt es mit der ehre wirklich nicht allzu genau er spaltet die rondrianer das bedeutet noch mehr ärger hoffentlich kommt sennen meister jakon bald zurück ich benötige keine weiteren hinweise hauptmann noch eins junge wenn du uns hilfst wirst du ein mitglied der garde du musst keine uniform tragen oder sowas aber danach gehören wir zusammen ihr macht mich nicht nur zu einem bürger sondern gleich zum gardisten dann wird das kreuzer kartell alles tun um mir zu schaden recht und ordnung das ist wahrung ihm das nicht passt der gehört nicht hierher okay wir nehmen an ich tue es ich will zur garde gehören hervorragend dann treffen wir uns am zeughaus in der oststadt natürlich auf geht's naja wie es dann weitergeht das sehen wir dann in einer woche und ja dann bis bald habt euch wohl ciao